Bist du kleines Naturtalent? Ja? Achtung. Und probieren. Super. Ganz aufgeregt der kleine Zwerg. Achtung. Das kennst du. Und probieren. Jawohl. Super. Nimm dir welche. Ganz toll. Jawohl. Super. Jawohl. Sehr schön, Masti. Prima. Gut. Jawohl. Und nimm dir. Super klasse. Du bist gleich in der ganzen Tüte drin. Egal. Hauptsache es kommt keiner so in dich rein. Das machst du toll. Prima. Kann man mit dem Kopf aus der Tüte. Ja super mein Schatz. Riesengroße, tolle Kerze. Riesengroße, tolle Kerze. Ja, ja. Und du kannst auch wieder selber. Du siehst so lustig aus. Warte. Irgendwo leider der Schreibtisch mal zu Ende. So. Okay. Hier ist wieder dein Esstütchen. Und rein mit dem Kopf. Jawohl. Und nimm dir. Super klasse. Hau rein, Baby. Toller Schatz. Achtung. Und zack. Jawohl. Super machst du das. Jawohl. Große Klasse. Das ist ja aufregend, ne? Es geht, dass du hier durchsichtig bist. Da kann ich zugucken. Ja, gut. Noch eine Runde. Ja, gut. 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 Ja, ja, ja. Die kann man auch so nehmen. Das machst du klasse. Und dann. Die hat sie hier noch ein bisschen was angetan. Sie hat die wieder aufgedeckt zu haben. Schau mal, jetzt mach ich die hier noch welche hin. Und du kannst da noch mal selbst probieren. Hier, noch mal selber probieren. Guck mal. Sehr gut, mein Schatz. Ja, prima. So ganz alleine das Leben klappt noch nicht, ne? Okay. Super, jawohl. Prima. Das Achtungstisch ist wieder zu Ende. Müssen dich wieder raufsetzen. Gut, mein Süßbär. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Beide. Seid mal. Ja, cool. Da sind sie. Da sind sie drinnen. Da sind sie drinnen im Zwerg. Ja, probier noch ein bisschen. Wenn du es selber noch schaffst, kannst du auch noch weiter essen. Sehr gut. Ansonsten reicht, glaube ich, erstmal, ne? Prima. Ja, ist nochmal. Ja, ne, war doch nicht drin. Ist weggehopst. Macht nichts. Muss nicht alles auf einmal sein. Warte, ich mach lieber den Berg nochmal. Zack. Da, noch ein bisschen rumeregeizen. Toller Schatz. Super toller, kleiner Schatz. So, nächster Schritt ist dann ganz alleine. Und dann kommt bald Fliegen. Toller Maus. Ja, 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 aufregend. So, komm mal. Mach dir mal hier die, die da reingeklebt nochmal ab. Und dann ist jetzt erstmal Ausruhpause, ne? Hier wird das Körner so verdauen, angesagt. Sehr gut, mein Babybär. Hopp. Ach, da haben wir noch einen Abnehmer, ja? Na, nimm die ruhig. Warte, ich lege dir das rüber, dann kannst du in Ruhe noch so was nehmen. Gleich noch nehmen? Komm, du wirst es wegmachen. Oder warte, wir machen anders. Wir machen die Babykacki weg. Äh, du bekommst doch eine Runde. Bist du ja schon wieder ausgestiegen. Wollte gerade für die Eltern hier freigeben. Das geht gar nicht, ne? Da musst du nochmal üben, komm. Ja, Stimpfi. Ja, ne. Du mach's auf und ich steck rein. Das klappt doch nicht, ne? Lidl, Lidl, Lidl. Oh, war das jetzt so spannend? Bist du ganz aufgedreht? Hm? Aufgedrehter kleiner Kinderkeks. Sehr schön. Da sind sie. Da sind sie. Ja, kommt dran. Bisschen noch üben. Du machst es toll. Du machst es sehr toll. Setz dich jetzt aber doch nochmal in dein Kinderbettchen, ne? Klitze ein bisschen ausruhen. Ein bisschen Pause machen. Und Körner so verdauen. Gehst du schon selber rüber? Ja? Gute Idee. Brabes Kind. Gehst du schon selber rüber? 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 Vielen Dank.